Ein Unwetter ist gestern Abend über den Süden Deutschlands gezogen. Im baden-württembergischen Hechingen wurde ein Mann von einem Baum erschlagen. Für Verwüstungen sorgten Orkanböen auch auf diesem Campingplatz am Bodensee. Mehrere Bäume stürzten dort um, 6 Menschen wurden verletzt. Die Polizei räumte den Platz in der Nacht. Im Raum Freiburg rückte die Feuerwehr zu hunderten Einsätzen aus. Dort liefen Tiefgaragen und Keller voll. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 26. August. Die Kaltfront eines Tiefs über Dänemark überquert uns heute Nacht. Und es muss wieder mit Unwettern gerechnet werden. Erst liegt der Schwerpunkt im Norden, verlagert sich im Laufe der Nacht Richtung Osten und Süden. Morgen Vormittag ziehen die Gewitter erst mal ab. Dann gibt es teils Wolken, teils Sonne. Im Westen und Nordwesten später einzelne Schauer, an der Nordsee auch Gewitter. Am Nachmittag im Süden neue, teilweise unwetterartige Schauer und Gewitter. Vor allem im Süden Bayerns sind extreme Regenmengen möglich. Im Osten heute Nacht teilweise tropisch warm, in der Eifel nur um 10 Grad. Dort sowie an der Nordsee morgen unter 20 Grad. Im Osten und Südosten noch sommerliche Werte. Am Sonntag wechselhaft im Süden und Südosten ergiebiger Dauerregen, der zunächst an kleineren und mittleren, in der neuen Woche dann auch an größeren Flüssen für Hochwasser sorgen dürfte. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt been galaxy Tschetsen und Südosten. Dauer ist das, was wenn wir uns laufen lassen. Untertitelung des ZDF, 2020